Hallo und willkommen zurück in WoW, jetzt hier wieder in der Falkenwacht und wir sind endlich hier und müssen mal kurz mit der Vira reden. Nur weil wir hier auf dieser Pilgerfahrt sind, da ist das noch lange nicht, dass wir alle Freuden im Leben aufgeben müssen. Ich hatte schon seit Ewigkeiten keinen guten Wein mehr. Ich könnte im wahrsten Sinne des Wortes für eine gute Flasche Ceranischer Geistertropfen töten. Ich weiß, ich weiß, wie unpassend von mir ein Nachtelfengebräu zu genießen. Ja, ist egal, aber ich habe welchen dabei. Hier, nimm mal. Ah, vielleicht wären wir ja doch noch Freunde. Folgt mir, wir wollen schließlich nicht mit den anderen teilen müssen, oder? Bewahrt euren Stolz. Ja, ja, lasst uns gehen. Ich kenne da einen perfekten Ort. Yee. Bla, bla. Wie sieht denn die eigentlich aus? Also, halt mir zu bleich und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die tollsten Klamotten trägt die auch nicht. Sieht ja ein bisschen schäbig aus. Ich weiß nicht, was der Typ da an ihr gefunden hat. So, wo gehst du denn jetzt mit mir hin? Ja, Mitsu-Katze folgt. Wunderbar. So. Ja. Soll ich schon mal? Ja. Plupp. Und Ratte. Was passiert mit mir? Halte diese Katze von mir fern. Ah. Und tschüss. Versucht, Samtpfote zu entkommen. Komm, Samtpfote. Ja, du bist aber auch die langsamste Katze hier. Ja. Pech gehabt. Naja. Okay. So, da. Hervorragend. Diese hinterhältige Göre wird sich mit niemandem des Ehemann mehr davonschleichen. Hier habt ihr eine Kleinigkeit für eure Mühen. Ich vertraue darauf, dass diese Angelegenheit unter uns bleibt. Ja, passt schon. Die Gerechtigkeit wird aufsiegen. So, da haben wir das. Dann müssen wir hier noch mit ihm. Da haben wir ja dämonische Essenzen gesammelt. Habt ihr die Proben bekommen? Naja, hat auch lange genug gedauert. Ihr wart mir eine große Hilfe. Nun wollen wir sehen, was wir von unserem blauen Freund hier lernen können. Ja, schauen wir mal. Was kriegen wir denn hier? Wir könnten hier einen Ring kriegen, der definitiv besser ist als das, was wir haben. Dann nehmen wir den Ring. So. So, dann zeige ich mal, was du machst. Ja, eine starke Mischung. Dann mich mal schneller. Doch, wo finden wir nur ein geeignetes Exemplar für den Test? Steht neben dir. Ja, da. Trinkt das blaue Brut. Widersetzt euch und ich verspreche euch einen langsamen Qual von Tod. Ja, irgendwas, irgendwas, bla bla blub. Und? Äh, pfff. Hm, sieht so aus, als würde ich ein neues Exemplar brauchen. Tja, Pech gehabt, da ist es schon. Okay, wo ist denn jetzt der Ring abgeblieben? Verdammt, war das der hier? Ja. So, welchen ziehen wir denn aus? Sind das blaue Teil? Ach. So, und wie man sieht, habe ich hier absolut keinen Platz mehr für irgendwas. Alles hat seinen Preis. Plup. Das kann auch weg. Kann weg, kann weg. Das muss noch alles bleiben. Bim, 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 bim. Das kann auch weg. Fels-Hetzer-Fleisch. Kann weg. Kann auch weg. Ja, muss das ein bisschen, aber... Ach, wir werden hier irgendwie 300 leveln. Insofern. Kann dat auch weg. So, und jetzt müssen wir da lang. Da müssen wir den Ankorette umhauen. Wird auch ein Spaß. Ich glaube, dann stellen wir auch mal wieder Totems auf. Auch wenn ich nicht glaube, dass wir so zwingend brauchen, aber... Wenn wir sie schon haben, können wir sie ja auch mal aufstellen wieder. Wir haben ja schon ewig lange kein... Kein Totem mehr aufgestellt. Ich glaube, dass wir so zwingend brauchen, dass wir so zwingend brauchen. Oder? Da. Erst mal gucken. Da ist noch Schleim. Den hauen wir mal kurz weg. Oh, und jetzt müssen wir das da benutzen, glaube ich. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Ach doch, da hinten, komm da. Mit Verstärkung. Oh Gott, da brauche ich ja noch nicht mal Totems. Ja komm, stell mal hier so ein Totem auf. Zack. Zack. Die hatten auch schon mal alle mehr drauf gehabt. Haben alle ihren Job nicht richtig gemacht, deswegen wurden sie alle degradiert. Ich glaube, das war auch irgendwie da... Die waren alle drei irgendwie Elite gewesen. So, dann zurück zur Falkenwacht und dann müssen wir noch hier die Kolosse machen und dann sind wir hoffentlich durch. Ich weiß nicht, warum es da bei den Orks da nicht weitergeht. Ich bin mir sicher gewesen, dass da immer noch irgendwie eine Quest war. Also zumindest mal am Anfang. Da musste man halt da irgendwelche Orks da noch verbinden. Aber da war auch immer irgendwie eine Schlacht oder sonst irgendjewas. Und die nicht da irgendwie halt außerhalb von ihrem kleinen Dörfchen da nicht auch immer irgendwie angegriffen von irgendwas. Und deswegen musste man die dann auch verbinden. Oder halt irgendwie sonst irgendwie helfen. Naja, ich weiß es halt nicht. Ja, ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr dem Aberwitz der Draenei ein Ende gesetzt? Ja, ja, hab ich. Das wird diese heiligen Fanatiker lehren, sich um ihren eigenen Kram zu kümmern. So, Beweglichkeit. Nehmen wir das. So, ihr habt nichts mehr für mich. Dann geht's weiter zu den Kolossen. Wenn wir dann da fertig sind, wie gesagt, nach Shadrat und dann nach Nagrand. Nagrand halt eigentlich deswegen, weil es halt vom Level her eigentlich ganz gut passt. Ich denke mal, wenn man da komplett Nagrand durch hat, ist man bestimmt 70. Weil das sind ja auch noch einige Quests. Und eigentlich halt da auch die Storys sind ja eigentlich auch ganz nett da. Da halt mit, mit, äh, Garosch und Konsorten. Deswegen, äh, halt Nagrand als nächstes. Und nicht jetzt hier irgendwie wie Zangarmarschen. Dafür sind wir eigentlich ja schon wieder, ja, wie gesagt, ein bisschen zu hoch. Vom Level her. Und wie gesagt, so, äh, die Quests sind zwar da auch ganz nett, aber... Ich weiß nicht, ich war jetzt noch nie so der Zangarmarschen-Freund. Halt bei den ganzen... Pilztypen. Muss ja auch nicht sein. So, dann töten wir hier die mal. Oh. Die kleinen sind da schon gestorben. Ja, die halten auch nicht allzu viel aus, glaube ich. Ich weiß halt nicht, was Sinn macht, ob man da mit dem normalen Blitz... Blitzschlag-Dingsbums da halt, äh, besser zurecht käme. Ja, Feuer frei. Ja, jetzt sind sie halt wieder zu zweit. Toll. Äh, achso, wir sind... Wir haben fertig. Gut. Wollen wir nur noch da... Das arme, armselige Traum-Platt hier. Den wir auch noch grad mit. Weil es halt grad da ist. So. Und dann hat der... Olle-Szenarius-Typ ja auch noch eine Folge-Quest für uns. Wenn ich mich denn recht entsinne... Es kann ja auch wieder sein, dass das geändert worden ist. Und ich erzähle mir totalen Blödsinn. Ja, da ist noch irgendwas, was man tatsächlich gebrauchen kann. Bringen halt ein bisschen mehr Skill. So, abgeben. Ja, und hier meine... Tier, mein Pokémon-Gedöns hab ich auch noch nicht weitergelevelt, also... Da braucht man echt viel Zeit für. So, was haben wir denn hier? Äh, gute Arbeit. Wenn ihr mich fragt, müssen wir einfach genug von diesen Kolossen töten. Dann brauchen wir uns nicht mehr, um diesen merkwürdigen Kristall in der Mitte zu kümmern. Hier, nehmt eins hier von als Belohnung der Expedition der Szenarius. Dann nehmen wir das da. So, ja. Und wir kriegen keine Folge-Quest. Wieso nicht? Eigentlich hatten die doch dann immer irgendwie Quests. Deswegen halt gerade, was die dann auch gemacht haben. Egal. So, also wir sind dann hier, glaube ich, soweit fertig. Jetzt gerade egal. Äh... Ja, da könnten wir halt noch hinfliegen. Ach, ne, Gott, dann ist Hans, das brauchen wir nicht. Und das ist Dungeon. Kann man abbrechen. Ja, die sitzen da hinten. Kann man auch abbrechen. So sieht's in den Zangamarschen halt aus. Überall halt diese Pilze. Überall blau. Regnet viel. Überall Wasser. Komische, hässliche Viecher. Weiß gar nicht, ob's großartig viele Kräuter hier gibt. Traumwinde. Uh, könnte schon, könnte ein bisschen problematisch werden in Nagrand mit Kräutern. Naja, werden wir dann sehen. Eventuell muss ich dann doch nochmal hier irgendwie eine kleine Runde durch die Zangamarschen halt drehen, um hier irgendwie Zeugs zu sammeln. Zottelkappe. Gucken, kann ich die schon? Ja. So, wo geht's denn hier nach Schadrat? Lebenspartikel. Ach, die hab ich immer als Krieger irgendwie verzweifelt gesucht. Weil, die kriegt ja mal jetzt hier auch nur halt mehr oder weniger als Blümchenpflücker. Aber die hat man halt immer irgendwie gebraucht, für irgendwas herzustellen. Halt auch als Schmied. Ah, Terrorzapfen können wir sammeln. Okay. Bäh. Okay, da ist Schadrat. Da bin ich dann auch schon gespannt drauf, wie das... Da müssen wir ja dann auch in Trenor dann halt hinkommen. Wie das dann bei denen ja aussieht. So. Genau, ich muss zu dir, glaube ich. Wie geht's? Willkommen in Schadrat, Schamane. Dies ist vielleicht der einzige Ort in der Scherbenwelt, an der ihr etwas wie Sicherheit empfinden könnt. Ach nö, eigentlich ging das überall. Eine Gruppe von Nauru, die als Schadrat bekannt sind, hat die Dämonen von hier fortgejagt. Wenn ihr noch nie einen Nauru gesehen habt, solltet ihr Adal auf der Terrasse des Lichts besuchen. Der Anführer der Schadrat, ist der ehrfurchtsgebietendste Anblick, den ich je gesehen habe. Ganz anders als alles andere in diesem öden Land. Okay. Mögen eure Reisen sicher sein. Naja, mögen die sicher sein und so. Ja, die machen hier doch hier irgendwie Quests, ne. Ich will eigentlich nur hier durch Schadrat durchgeführt werden. Dann gucken wir, dass wir hier wegkommen. Das ist Adal. Hallo. Das Licht, das eure Sinne erfüllt, hat, als ihr euch Adal nähert. Was? Das ist das Licht? Hat, als ihr euch Adal nähert. Wird noch stärker, als ihr ihn ansprecht? Sind das für ein Deutsch? Egal. Also irgendwas, das Licht, das wird einfach stärker, wenn wir hier anquasseln. Melodische Klänge ertönen in eurem Kopf. Ihr seid hier sicher. Ja, schön. Nee, belästigt Adal. Nicht mit unnötigen Fragen, Org. Nur der Wille dieses Wesens hält unsere Feinde davon ab, die Stadt zu zerschmettern. Was hat der da für ein komisches Pferd? Okay. Wo kommen wir denn hier hin? Sonnenbrunnenplateau. Achso, ja, stimmt. Das war ja auch in Burning Crusade gegen Ende. Das war eigentlich ganz nett, die Insel da zu befreien. Fand ich lustig. Ehre dem König, Freund. Ja, ja, ja. Hier, bla, bla, bla. Äh, er ist vielleicht das mächtigste Wesen, das ihr je zu Gesicht bekommen werdet. Ja, ja. Seid vorsichtig. Alter. Was kann ich für euch tun? Ist das jetzt meiner? Nee. Nee. Das Licht sei mit euch. Ihr kommt mir nicht bekannt vor. Ich nehme an, ihr wollt etwas über die Stadt erfahren. Ihr müsst schon entschuldigen, da ich selbst keine Führung mache, aber ich muss einige Pläne mit Adal besprechen. Vielleicht wärt ihr ja mit einem herbeigerufenen Diener an meiner Stadt zufrieden. Ausgezeichnet. Genau, äh, wäre ich allerdings nicht mehr in der Folge hier, sondern erst beim nächsten Mal, weil, äh, ja, hier, der olle Geist, der ist ein bisschen langsam zu Fuß. Und, ja, deswegen machen wir das, wie gesagt, beim nächsten Mal erst. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.